Hallo Leute, Kinguin hat ein mega Gewinnspiel gestartet, wo ihr Gamescom-Tickets um bis zu 1000 Euro gewinnen könnt. Alles, was ihr dafür machen müsst, ist ein Foto einreichen, warum gerade ihr gewinnen sollt und mit Abstimmen. Die besten drei Fotos gewinnen dann jeweils ein Gamescom-Ticket um bis zu 1000 Euro. Und ja, für die Leute, die abstimmen, gibt es ebenfalls was zu gewinnen, denn bis zu 105 Euro Gutscheine könnt ihr dann halt für euch einsacken. Einfach Bild hochladen, abstimmen, gewinnen. Ich wünsche euch viel Glück. Bis dann.